hoch schmelzöfen da schmelzofen raus ein blight berry busch ein kleines bisschen böse killer heilung es klingt sehr komisch und schon wieder ein diamant das ist gut das ist sehr gut was nicht so gut ist halt dass die alle jetzt kohle brauchen aber wir kriegen ja auch kohle genau durch das sieben also du da rein du da rein glas bitte herstellen wo ist das sehr viel zeug drin aluminium ras ich habe oben auf diesem schutz dingen dass die bäume nicht könnten wahrscheinlich vergessen fackeln zu setzen das wird sein ja ich versuche mal hier über die blätter und büsche und bäume da hochzukommen so war nicht da lang hier wieder darauf 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 genau ich würde das gewesen sein so schnell liegen bevor ich mich runter schießt und schon immer weg 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 ok alles gut alles gut das hat man so auch gelöst ich wollte jetzt aluminium brass hier drauf hallo was den tollen bogen gobbels down gobble 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 und noch mehr verhunzen unsere plattform mit eklig aussehenden blöcken aber wenigstens praktisch und fliegen keine pfeile mehr in unsere smeltery rein würde ich sagen so du weg du dahin du dahin du dahin und schon haben jetzt drei möglichkeiten barren abzugießen das nutzen wir gleich für innen war da müssen die sechs barren raus zwei drei 1 2 3 fertig 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 sehr schön gold resonant end kupfer raus 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 und ich fange schon mal mit aluminium also du willst du rein und du willst du rein pink 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 passt nicht alles rein das ok weg 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 hatten wir schon alles ansiedelt rausgeholt rausgeholt das plastik kann schon mal mit silikon kann mit da sind noch sied bricks ok hat silikon schon einen platz bei uns in der wand ich denke nicht sollte es aber haben weil wie gesagt wichtig da speichern netterquartz netterquartz hat platz bekommen da bin ich mir ziemlich sicher ja genau daneben ok einsortieren einsortieren alles einsortieren redstone kann auch weg raw rubber rubber bar könnte platz bekommen war glaube ich nicht das wird ja eigentlich im idealfall immer sofort weiterverarbeitet das raw braucht man für nichts anderes als für die römer bars das muss aber nur zerlegt werden das ganze gedöns einsortiert ja gut ich mache es mal ein paar blöcke damit wir mehr reinschmeißen können die smeltery 1 2 3 und ich hätte gerne immer eine möglichkeit darauf zu springen eine holzplattform an einem brennofen klicken eine super idee so du 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 fackeln keine fackeln ich brauche fackeln ich brauche holz star sticks sieben sticks 1 2 3 4 5 6 7 genau fackeln also jump 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 fackel fackel dass auch darauf nichts spawnt und übrigens bisher auf keiner plattform irgendwo irgendwas gespawnte oder ist gleich wieder runtergefallen ja es ist echt doof also ja ich mir wurde schon von mehreren seiten und mir von mir wird schon von mehreren seiten gesagt dass da kann ich spawn in dem biome gibt es keine tiere und so aber ich habe irgendwie trotzdem gehofft dass irgendwas kommt muss ja keine kuh sein das kann ja auch keine ahnung huhn sein was absolut unwichtig ist denn huhn können wir jederzeit herstellen da brauchen wir nur neun pfeile für also du 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 100 ok ganz ruhig haben wir eigentlich zwischen jetzt schon eine plattform da drunter nö ah das schiebe ich immer wieder vor mich hin aber ich denke in den nächsten folgen müssen wir uns einfach mal die zähne zusammenbeißen und die plattform bauen Was wir auch machen könnten, es gibt eine Möglichkeit, sehr schnell Plattformen zu bauen. Und zwar mit dem Bilderswand. Aber der brauchte recht viele Diamanten. Wir haben gerade ein paar. Aber acht Stück. Das ist schon krass. Wir haben sieben Diamanten. Wir haben acht Diamanten. Wir könnten das kaufen. Und weißt du, das mache ich einfach mal. Stick. Yay, eine ungerade Anzahl an. Egal. Stick. Do. Bilderswand. Autsch. Das tappt weh. Jetzt brauchen wir nur ganz viel Holz. Was ja nicht so das Problem sein dürfte. Da, planken, planken. Noch mehr planken. Viel mehr planken. Und zwei Strinkern weg. So. Wenn wir jetzt irgendwo hingehen, wo schon etwas gebaut wurde mit den Planken. Ihr seht jetzt hier schon diesen Overleder. Dann wird der Want erkennen, was wir von ihm wollen und das zu Ende führen. Also, wenn ich da hin klicke, macht er alles falsch. Was? Das war nicht so. So sollte das nicht. Okay. Kriegst noch einen Versuch, Want. Und Nö. Mit Half Slaps geht das nicht. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, wir werden alle Plattformen hier unten jetzt umändern. Jo. Und zwar zu Cobblestone. Hätte ich eigentlich schon vor einer ganzen Weile machen sollen. Lagen aber immer die Slaps alle hier zwischen. Schnappen wir uns ein bisschen Cobbl. So. Ah. Weg. Ich hätte vorher, ähm, ja. Du nimm mal bitte meinen Müll. Ich hätte gerne das weg, das weg, das weg, das weg. Das alles weg. Äh. Das weg. Das weg. So. Kein Cobbl mehr. Ist auch ein interessanter Zustand. Heißt, wir setzen jetzt hier den Boden. Ab der Brücke. Das war jetzt gerade falsch. Ab der Brücke machen wir alles aus Cobbl. Das heißt, die zentrale Plattform bleibt erstmal noch aus Holz, weil ich nicht so gut da drunter komme. Aber die umliegenden Plattformen werden dann Cobbl. So, wo ist mein Cobbl? Da ist mein Cobbl. Ding, 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 ding. Äh. Ding. Das mache ich das hier noch weg. Und wenn ich dann von der anderen Seite mit dem Wand rangehe, dann müsste das klappen. Also wenn ich jetzt ranklicken würde mit rechts, dann weiß er wohl nicht so ganz, welches Material er benutzen soll. Das heißt, eigentlich müsste ich wirklich erst alles hier weghauen. Das dauert eine Weile und ich werde McHackington erstmal noch reparieren müssen. Weil das kriegt ihr nicht hin, der ist gleich kaputt. Also nicht ganz kaputt. Das ist ja das Praktische bei diesem Iguana Tweaks und Tinker's Craft. Oder Tinker's Construct. Dass wenn die Werkzeuge kaputt gehen, passiert nur das. Genau, die sind ein bisschen angeditscht und dann kriegen sie einen Broken Tag. Dann geht man nach oben, schnappt sie einen Bronzebar an und dann geht das wieder. Ja, ja, eins, was? Shift, eins, zwei. Also. Toolstation, du rein, du rein, eins, zwei. Runter. Plattform, ja, nee, nee, nee. Ganze, wow, Modifier und Haste. Sehr schön, wird langsam die Axt. Und ich hätte mir vielleicht den einen Punkt in der Ecke merken sollen, damit ich nicht wieder gucken muss, wo was hinkommt und so. Und die da werden immer noch stören und meh, ist alles doof. Aber na gut, besser ich mache das jetzt, als wenn die Plattform schon zu Ende gebaut ist oder die anderen Plattformen angefangen. Bisher haben wir hier unten ja echt nur die zentrale Plattform und die eine, wo ich jetzt drauf stehe. Oben, ich weiß nicht. Ich hoffe, dass oben auch irgendwann durch was anderes ersetzen. So, du, da hin, da hin, da hin, da hin. Äh, da komme ich jetzt nicht so gut ran. Aber, doch, haha. Sehr gut. Weg, weg. Es gibt so eine Möglichkeit, mehr Holz auf einmal abzubauen mit der Lumber-X. Problem ist, dafür brauchen wir Stahl. Ich habe mich bisher darum gedrückt, Stahl herzustellen. Dafür bräuchten wir einen Hochofen. Ein Hochofen ist auch effektiver, was das Metallumschmelzen angeht. Aber, ja, ich kenne die noch nicht so gut. Und wenn ich Sachen in dem Mod-Paket nicht so gut kenne, dann mache ich lieber erst die Sachen, die ich kenne. Anstatt da stundenlang rumzufriemeln. Müssen wir dann später mal gucken, wie wir es hinbekommen. So, gucken wir. Zack, zack, zack. Ja, sehr schön. Zack, zack. Der ist irre, irre praktisch. Also, damit können wir alle Plattformen unten ganz schnell hochziehen. Dass wir richtig schön viel Platz haben für alles Mögliche. Jetzt aber erstmal nom, 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 nom. Und kurz gucken nach Sand und Quarz. Sand ist okay. Soul Sand kommt ab und an rein. Holen wir schon mal raus. Füllen wir hier nach. So, du füllen. Das mit dem Kies und dem Kobbel verstehe ich gerade nicht ganz. Wird das alles da oben verballert? Das finde ich komisch, weil... Hm. Kobbel kam nur in die Maschine. Dann kam Kies raus, Kies kommt da. Ach so. Alles an Kobbel wird da reingestopft. Richtig. Also, gehen wir kurz den Weg lang. Kobbel kommt da raus, wird hier reingetan. Um Lava herzustellen. Dann geht es da hoch. Ich muss mal auf die Maschine. Was? Sie ist nicht gut. Das muss man irgendwie anders machen. Ich werde nicht da hinspringen. Das können wir klicken. Ah, knapp. Double Jump? Double Jump geht auch nicht. Hm, 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 hm. Ja, das Jumping puzzle hier ist doof. Also muss ich es jedes Mal so machen, dass ich es nur einmal betreten kann. Schade. So, also. Äh, Kobbelstone kommt hoch, kommt nur hier rein. Und es wird nicht hier hingebracht. Das heißt, es kommt niemals Kobbel da an. Das war nicht der Plan. Das heißt, ich verbinde jetzt einfach das Rohr da mit dem Rohr. Und alles Kobbel, was nicht sofort hier verpulverized wird, müsste dann da unten auch reinkommen. Weil ich hätte gerne immer Kobbelstone zur Hand, gerade für solche Bauarbeiten. Okay, da brauche ich nur kurz ein paar Item Ducts. So. Runter. Und gucken wir mal, ob meine Theorie aufgeht. Den einen da setzen. Das ist alles. Zack. Bisher nix. Ich trinke mal währenddessen mein Melonsaft. Nom, nom. Nom, nom. Nö. Nicht so wirklich. Arbeitet er da hinten überhaupt? Nee. Klick. Das könnte erklären. Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay. Aber es geht wirklich zuletzt hier rein. Zuerst versucht er die Crucible zu füllen. Weil das das Wichtigste ist. Das ist die Stromversorgung. Wenn da nichts reingeht, dann geht er weiter nach oben, tut es in den Pulverizer. Und wenn da nichts weitergeht, dann erst kommt es hier rein. Ja. Okay. Okay. Genau so muss das laufen. Kies wäre eigentlich auch noch schön, über zu haben. Aber das können wir uns ja jederzeit hier rausnehmen. Genauso wie Dust können wir uns hier jederzeit rausnehmen. Sand sammelt sich ein bisschen an. Auch wenn wir merken, wir brauchen gerade ein bisschen mehr. Für die Glasproduktion und für SoulSand. Aber das will ich gerade nicht umstellen. Aber gut. Also nächste Folge. Plattform weiter abreißen, weiter aufbauen. Wieder auf neue Diamanten warten. Hey, neue Diamanten. Auf mehr neue Diamanten warten. Damit wir anfangen können, den Goldchip zu bauen. Und die Flugskristalle für den ersten ME-Controller für das ME-System. Also bis gleich.